Einer dead! Einer dead! Einer dead! Einer dead! Einer dead! Einer dead! 50! Meiner dead! Ich hab ihn. Mooooooin Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zum erneuten Video. Heute gibt es mal wieder eine Challenge und zwar haben Richie und ich versucht die Schweinereiter-Challenge zu machen. Das bedeutet, wir haben versucht einen Arena-Win zu holen. Nur auf einem Schwein zu sitzen. Ob wir es am Ende geschafft haben oder nicht, erfahrt ihr am Ende des Videos. Vergesst es natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren Lasst doch einen Kommentar dafür den YouTube-Algorithmus Folgt mir auch gerne auf Twitch und auf Insta und auf TikTok Auf allen Sachen, die ihr wollt Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video Da vorne gibt's doch... Hier ist ein Gegner Die Maus Über uns, über uns ist auch ein Gegner Warte Ich geh oben rein, der ist hier direkt unter dem Konkler Oben drauf ist auch einer, ne? Ganz oben drauf, mein ich Das sind zwei Teams Ich bin on high Vorsichtig, ne? Weil ich kann mit Schweinemann nicht so schnell kommen Also ein bisschen schwer Ich hab eigentlich komplett low gehabt, ne? Und unten drin, oder? Ich geh nach unten rein So, mein Schwein hat mir was zum Essen Hier, das ist ein bisschen schwer, hier Der andere ist schön, direkt Dead, aber mein Schwein ist, glaub ich, tot Nein, ist es nicht Hier ist noch einer, auch dead Wichtig, wichtig, wichtig Okay, da komm ich nicht rein Slap Zombie, zwei Stück Bin on high Bin on high Das ist so weird, Jinger Ich brauch noch ne Sekunde Die sind unter mir, die sind unter mir eingetotelt Hü... Schüttel ich einer? Einer dead, einer dead Fünfzig Beide dead Yay Kann man hier Emotes machen? Das ist halt auch so ein Clip. Jogi, du weißt gerade, ich hab einfach beide Max Damage Pump, Digga. Aus dem Schwein. 2. Reiß dich, Janna? Ich bin von meinem Schwein abgestiegen. Nein, ich muss wieder aufstehen. Versuch du ihn zu killen. Ich will mein Schwein. Ich hab ihn fully pieced. 60 gefallen. Mein Schwein ist tot. Ich bin tot. Ne, sind wir anscheinend getötet. Solche Arschler hier. Ich kann bloß schauen, dass ich vielleicht 1, 2 Takes mache. Und ich hab eh keine Pump. Ah doch, jetzt schon. Bragged under one. Oh, ich hab mir auch so den Quotter gegeben. Hier unten sind auch welche in diesem Ding. Dead. Wo sind die hin? Oben. 40. 116. Ok, ich bin tot, aber du musst holen. Der andere Float, der andere Float, der andere Float. Oh mein Gott. Ropi mit Schwein. Oh mein Gott, Jürgen. Ja. Oh mein Gott, das ist... Fast Tüdel hätte ich gemacht, bloß der hat mich ein bisschen abgeladen. 27. Ich bin über einem. Ich bin on high. Die ist blieben oder so. Ich bin auch auf high. Die ist blie... Komm, wir gehen in den Box rein. Ja, mein Schwein ist das tot. Oh Gott, Junge, ich hab Pfeilschaden gekriegt. 90, 90. 99. 30 White. Der hat er noch? Der andere Typ hatte 30 White, also hat er jetzt irgendwie 120 AP oder so. Wer ist der? Der ist so ein Arsch, Junge. Er hat einfach auf den Freien getötet. 100er. 100er auf ihn. 30. 29 White. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. 25 gehittet. Dead. 185 dead. Gehittet. Dead. 170er dead. Der ist dead dead. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Man. Man. Cracked oben. Hä? Hä? Über dir. Über dir, Jono. Über dir. Hä? Ich versuche grad da hoch zu gehen. Shoot good. Und er kriegt. Ja. Einer dead. Einer dead. Gebullied, Junge. Get, get, get gesaut, Digga. Ich bin 120 White. Ich will niemanden killen. Oh mein Sau. Junge, ich clip die ganze Zeit die Leute, Junge, mit Sau, Digga. Gehittet. Die sind doch hier bei meinem Haus. Hier zwei Pilze für die Schweine. Ja. Gehen wir mal kurz das. Ja. Erstmal kurz double Schweinen, Junge. 99 Schild. Kill dead. Kill. 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 Ich komme da nicht hoch. Kill. 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 Bleib bitte klar. Crack. Ich weiß nicht wie hoch kommen soll. Schade. Kill. 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 Kannst du auch rein. Oh das ist auch rein. Ich wollte nur durch sein. 50 150 auf einen Heavy hittet es nicht zu wohnen Splashes maybe hey Junge trotzdem hast du so geklickt ne was geht da denn er ist so schlau auf dieses Schwein der hat das so getötet er ist so schlau auf dieses Schwein ja auch so und dann immer so im Kreis maybe oder so aber aufpassen aber niemals sprinten da oben ne dann sofort die komplette Schwein bist kaputt ja wir dürfen auf gar keinen Fall sprinten oh mein Gott ich bin gesprintet ich bin gesprintet ich bin gesprintet es tut mir leid war hoch ich habe komplett kein mehr ich schau Balance zu weil dann ist auch nur seine Ansicht da du 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 Bei den Stieren, deinem Schwein. Mein Schwein stirbt nicht. Hä, mein Schwein stirbt auch. Bro. Ja, dein stirbt. Hä? Das kriegt Damage die ganze Zeit. Junge, das kann hier oben nicht atmen. Das kann hier oben, weil es oben ist. Junge, ne. Ne, Digger. Geht's auf Höhe? Geht's auf Höhe? Geht's auf Höhe? Schaden? Ja. Nein. Wir müssen runter. Die Kacke. Werf die drauf drauf. Ja, okay. Aber warte, ich muss mein Schwein noch was geben. Balance, schau, dass dein Schwein nicht stirbt. Weil sonst... Mein Schwein wird sterben, mein Schwein wird sterben. Geh nach unten, geh nach unten mit dem Schwein. Ich spring, ich spring in den Busch, in den Busch, in den Busch. Nee, spring in den Busch, Balance. Nein, nein, nein. Gib dem Schwein das Essen. Ah? Nee. Balance, bitte. Spring auf meinen Kopf, spring auf meinen Kopf. Ah! Nee, Digger. Mein Top. Du machst auch den Spruch nur für Fame, Kapi. Ja, als ob ich doch so ein Spruch Fame werde. Ja, die kommen jetzt hier. Einer cracked. Und gleich da? Ah, ich hab Hit bekommen. Ich boxe nicht gut ein. Den geh nicht weisen. 120. 120, einer dead, einer dead. 90 wide. Mein Schwein ist gleich tot. Ich bin auch gleich tot. Hab beide, hab beide, hab beide. Du hast mich so gerettet. Mein Schwein ist voll, alles gut. Warte, ich geh nur noch die Kiste. Mein Schwein ist auch voll. Lass hinten raus. Sprint, Sprint, Junge. Perfekt. Ah, das funktioniert doch. Das funktioniert auch? Ja. Wow. Hier kommt einer. Hier kommt zwei. Auf die Schweine aussetzen, Junge. Aussetzen. Zieh durch. Zone, 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 Zone. Oh mein Gott. Das ist dein Schwein, das zu essen. Ich versuch zu halten. Das ist deinem Schwert. Jetzt kann ich da nicht. So, Zone, let's go. Vor uns sind welche, die dürfen sich lasern. Ich hab kein Stein mehr. Hier am Rand durch, hier am Rand durch. Du musst kommen. Ja, ich hab gar nichts mehr zu essen. Hier. Ich bin ein Schwein. Nee, es hat gar nichts gebracht mit dem Einbauen. Komplett campen jetzt. Du musst einfach sonst schwinden. Ich halte hinten kurz. Geh mir hier bei dem Holz kurz hin. Ich lauf direkt, okay? Okay. Ich versuch, ein bisschen zu törteln. Ich lauf hier rechts rum. Ich versuch, die bisschen abzulenken. Oh mein Schein ist low. Riss, Dinger. Ich bin wahrscheinlich tot. Alles gut. Ja, hab sie aber gut abgelenkt. Ich weiß, in Outzone würden abgelenkt. Und die anderen hab ich auch kurz gesehen. Ein Duo ist tot. Die anderen haben aber God Posey. Also einer von dem Duo ist tot. Der andere wahrscheinlich auch. Du hast keine Mets mehr, fast. Was? Hä? Hä? Ich meine, sie stimmen. Aber ich hab's gar nicht... Es war voll. Hä? Hä? Ich hab's nicht gecheckt. Mein Schwein ist einfach gestorben. Warum ist mein Schwein gestorben? Kann es sein, dass sie auf einer bestimmten Sohn einfach sterben? Ich glaub schon. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's nicht gecheckt. Aber ich hab's nicht gecheckt. Vielen Dank.